Ich wollte gerade instinktiv ins Mikrofon reinschreien. Nochmal mit ruhiger und Mikrofonstimme von mir auch ein herzliches Guten Morgen. Falls jemand jetzt hier nicht in den Reihen sitzt oder so etwas, lade ich Sie gerne ein, hinzuzukommen und dieser Botschaft zuzuhören. Ich glaube, dass Sie in den nächsten 20 Minuten eine Botschaft hören können, die Ihr Leben verändert. Ich möchte etwas aus der Bibel lesen. Das Buch, von dem ich glaube, dass es Gottes Wort ist und von dem ich glaube, dass es Wahrheit beinhaltet. Und die Verse, die ich vorlesen möchte, sind in Matthäus. Ihr dürft gerne aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Matthäus 10. Ich lese den Vers 39. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden, spricht Jesus Christus. Das sind nicht so attraktive Worte, die Menschen vielleicht dazu führen, etwas zu kaufen oder ein Abonnement abzuschließen oder so etwas. Also ich weiß nicht, wenn Netflix damit werben würde, zu sagen, also wenn ihr kein Abo macht, alles andere ist eigentlich Blödsinn. Weiß nicht, ob man dann sagen würde, oh ja, sympathisch. Super. Dann mache ich gleich ein Netflix-Abo. Ich meine, dieser Jesus, der hier sagt, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen, der ist ja nicht die einzige Alternative in diesem Leben, die wir finden. Wir versammeln uns hier als Christen. Und das heißt, so wie wir auch vorher im Glaubensbekenntnis gesprochen haben, wir glauben an einen wahren Gott. Einen Gott, der alles gemacht hat, was wir hier sehen, erfahren, riechen, schmecken. Und erkennen können. Aber dieser Gott ist nicht der Einzige, der einen Anspruch darauf erhebt, dir ein gutes Leben zu schenken. Und wenn dieser Jesus auch noch sagt, du musst dein Leben verlieren, dann klingt das höchst unattraktiv, jedenfalls in meinen Ohren. Viel schöner wäre es doch, wenn dieser Jesus Folgendes sagt. Du lebst dein Leben weiter. Du gestaltest dein Leben, wie du möchtest. Und ich komme noch rein und gebe dir die Kirsche auf der Sahne. Und gebe dir noch ein bisschen was obendrauf. Ich hätte es gerne so. Aber das sagt Jesus nicht. Dieser Jesus, wegen dem wir uns heute versammeln, dieser Jesus, wegen dem heute fünf junge Frauen hier ins Wasser gestiegen sind und sich zu ihm bekannt haben, dieser Jesus sagt, wenn du mich willst, musst du dein Leben verlieren. Ich glaube nicht, dass die Frage lautet, verlierst du dein Leben oder verlierst du es nicht? Das möchte ich gleich klarstellen. Wir alle verlieren unser Leben. An so einem schönen, warmen Sonnertag ist es natürlich nicht so attraktiv, vom Thema Tod zu sprechen, aber spätestens dort verlieren wir unser Leben. Wir alle haben pro Tag nur 24 Stunden, die wir an irgendetwas verlieren müssen. Und wir alle wissen, wie es mit schönen Momenten auch in dieser Welt ist. Die schönen Momente sind zwar schön, sie sind eindrucksvoll, aber sie sind auch genauso schnell wieder vorbei. Alles, was wir versuchen zu behalten, verlieren wir schlussendlich an irgendetwas oder irgendjemandem. Ich kann meine Zeit daran verlieren, dass sich mein Konto füllt. Dann verliere ich halt meine Zeit dafür. Ich kann meine Zeit dafür verlieren, dass ich ein volles Buch habe mit Fotos oder für die jungen Leute ein volles Instagram-Profil mit tollen Urlaubsfotos oder schönen Erlebnissen, aber ich verliere meine Zeit an dieses Ziel. Ich glaube, dass niemand von uns, egal ob du Christ bist oder nicht, sein Leben selbst erhalten kann oder in der Hand hält. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, denn ich weiß auch und das wissen viele von euch, wie schnell es gehen kann, dass plötzlich die Gesundheit dir einen Strich durch die Rechnung macht, dass plötzlich das Familienleben zusammenbricht und viele, viele weitere Dinge, die ihr euch in eurem Kopf jetzt ausmalen könnt. Dieser Jesus sagt, wenn du dein Leben an mich verlierst, wenn du es in meine Hände gibst, dann gewinnst du es. Schlussendlich glaube ich, wenn wir dem Schöpfer des Himmels und der Erde unser Leben zurückgeben und sagen, mein Leben gehört dir, erst dann gewinnen wir eigentlich das Zentrum unseres Lebens. Nun auch das sagen ja viele Religionen. Auch hier gibt es viele Angebote, die sagen, Folge meiner Religion, Folge meinem Glauben, Folge meiner Philosophie. Warum also sollte man diesem Jesus glauben und folgen? Ist doch eine berechtigte Frage. Ein paar Verse vorher sagt dieser Jesus etwas anderes, nämlich in Matthäus 10, Vers 30, beziehungsweise ab Vers 29. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren himmlischen Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid doch viel mehr wert als Sperlinge. Derselbe Jesus, der sagt, folge mir nach und verliere dein Leben an mich, sagt, dieser Gott, der dich ruft, auch heute Morgen ruft, dieser Gott kennt dich durch und durch. Dieser Gott ist kein fremder Gott, dieser Gott ist kein ferner Gott, der sich zurückgezogen hat, sondern ich bin mir sicher und ich weiß es, dieser Gott ist ein lebendiger, erfahrbarer, persönlicher Gott. Es ist keine Urenergie oder keine kosmische Vorstellung, sondern es ist ein persönlicher Gott, der sagt, ich kenne die Anzahl der Haare auf deinem Kopf, was bei mir nicht so schwer ist, aber vielleicht bei euch schwieriger. Dieser Gott kennt dich aber nicht nur, sondern dieser Gott liebt dich durch und durch. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Jesus ruft nicht dazu auf, unser Leben zu verlieren und sagt, Edgy, Edgy, gibt nichts dafür, ist eine Einbahnstraße, ist ein Kuhhandel. Nein, das ist überhaupt kein Kuhhandel. Jesus sagt, du musst dein Leben sowieso verlieren an irgendetwas und egal, woran du es verlierst, du kannst es nicht mehr zurückholen. Der Tod herrscht in dieser Welt und der Tod lässt nichts frei. Das wisst ihr alle selbst. Das Vergängliche ist vergänglich. Aber es gibt jemanden, der hat den Tod besiegt. Das bedeutet, er kam in diese Welt und er ist eine stärkere Macht als der Tod selbst. und es gibt nur einen einzigen, der das von sich behaupten kann und das ist dieser Jesus. Dieser Jesus ist Gott selbst. Die Bibel sagt, durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden und auch für ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Du bist nur ein Hauch in diesem Universum. Was denken wir, wer wir sind? Wir sind zerbrechliche Menschen mit einem labilen Körper, mit einer kurzen Lebenszeit in einem unendlich großen Universum. Wer sind wir schon? Für diesen Gott sind wir so wichtig und so geliebt, dass er selbst Mensch wurde. Gott erfährt kein Leid, Gott erfährt keinen Schmerz, Gott hat keine Zweifel. Gott ist allmächtig und allwissend, aber er entschied sich, um uns zu begegnen, um uns zu retten von dieser Verlorenheit, von dieser Vergänglichkeit unseres Lebens, entschied er sich, einer von uns zu werden. Vor 2000 Jahren lebte ein Mensch namens Jesus von Nazareth und dieser Mensch behauptete, er ist Gott und ich glaube diesen Menschen und zwar nicht, weil es irgendwelche tollen Geschichten von ihm gibt oder weil es Bilder oder Videoaufnahmen gibt von ihm, sondern besonders wegen einer Sache. Dieser Mensch starb als Unschuldiger. Jesus hat nichts falsch gemacht in seinem Leben. Nein, noch viel mehr. Er hat Menschen geholfen, wo es nur ging. Er heilte Menschen übernatürlich, was auch heute er noch tut. Er rief sie heraus aus ihrer Verlorenheit. Er zeigte ihnen eine neue Perspektive und weil er den Menschen zeigte, es gibt nur einen Weg, es gibt nur eine Wahrheit, wollten die Menschen ihn loswerden und schlussendlich ließ er sich gefangen nehmen und töten. Das ist das, was wir in der Taufe verdeutlichen, indem wir die Menschen untertauchen. Nun, glücklicherweise ist die Verdeutlichung nicht, dass wir die Menschen untertauchen und dann gehe ich aus dem See raus und die bleiben da unten, sondern ich hebe sie ja wieder raus. Und auch so blieb Jesus nicht tot, sondern dieser Jesus, der von sich sagte, ich bin der allein wahre Gott, der besiegte den Tod und die Vergänglichkeit des Lebens, der er selbst jetzt ausgeliefert war. Und nach drei Tagen stand er von den Toten auf und das Grab, in das er gelegt wurde, war leer und der große Grabstein war weggerollt und über 500 Menschen, so sagt es die Bibel, bezeugten, dass dieser Jesus auferstanden ist. Das war keine Halluzination von einzelnen Spinnern. Über 500 Menschen sahen diesen auferstandenen Jesus, haben mit ihm gesprochen, haben ihn angefasst und aufgrund dieses auferstandenen Jesus gingen diese Menschen in die Welt und erzählten allen von Jesus. Jesus hat sein Leben verloren für dich. Du könntest dich fragen, warum tut er das? Ich habe nie darum gefragt. Das stimmt. Das sagt auch die Bibel im Römerbrief. Er kam zu uns, als niemand nach ihm suchte. Aber das zeigt die Liebe Gottes, oder? Das zeigt, dass Gott uns viel mehr kennt, als wir uns selbst. Wir denken, wir wissen, wie dieses Leben läuft. Wir denken, wir wissen, wie es zu funktionieren hat. Aber dieser Gott kennt dich durch und durch. Und er weiß, was du brauchst, er weiß, was du dir wünschst, er weiß, wer du bist. Warum starb Jesus? Weil wir alle sterben müssen. Und Gott hat festgelegt, wenn wir selber Gott sein wollen, was wir schlussendlich im Herzen alle wollen, wenn wir sagen, wir wissen, wie es läuft, wir wollen unser eigenes Leben bestimmen und wir wollen nicht abhängig sein von einem Gott, dann sagen wir, wir sind Gott. Aber es gibt nur einen wahren Gott. Das ist das Problem. Und dieser wahre Gott lässt sich nicht entthronen und er dankt auch nicht ab und er lässt auch nicht einfach alles laufen, sondern er ist gerecht. Er schaut das Leben der Menschen an und richtet über dieses Leben. Denn schlussendlich sind wir ihm ja unser Leben schuldig, weil es von ihm kommt. Wir alle wollen selber Gott sein, haben aber nicht dieselben Fähigkeiten wie Gott, was ein bisschen blöd ist. Weil das bedeutet, wir versuchen Gott zu sein, verlieren damit aber alles. Denn wir können unser eigenes Leben nicht behalten. Und Gott sagte, wenn du dein Leben behalten willst, musst du es verlieren. Und deswegen gab es nur einen Weg. Derjenige, der das Leben selbst ist, macht jedem einzelnen Menschen ein Angebot. Und dieses Angebot gilt für heute Morgen, es ist aber nicht so ein Amazon Rabatt Code, der in fünf Stunden ausläuft. Jedenfalls hoffe ich, dass das bei dir nicht so ist. Sondern ich glaube, dieses Angebot gilt solange du lebst. Wenn du heute das Angebot von Jesus annimmst, dass er sein Leben für dich gab, dass er für dich starb und dass du damit sagst, ich beuge mich unter diesem Gott, ich vertraue ab jetzt diesem Gott, ich wende mich diesem Gott zu und ich nehme seine Liebe für mich an, dann sagt die Bibel, wenn du das tust, wenn du das bekennst, so wie und wirst du für immer leben, selbst wenn du stirbst. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir hier alle dieses Leben verlassen werden, indem unser Körper unter die Erde gelegt wird, aber ich glaube, unsere Seele wird leben und unsere Seele wird nicht leben in einem Zustand von Verzweiflung, jedenfalls ist das nicht Gottes Wille, sondern wer an Jesus glaubt, der wird ein Leben haben in Fülle, ein Leben in der Gemeinschaft des liebenden allmächtigen Vaters, ein Leben in ewiger Sicherheit, ohne Trauer, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Verzweiflung. Dieses Angebot macht dir Jesus heute und er macht es dir jeden Tag, und mir ist ganz egal, was du gemacht hast, was für Mist in deinem Leben bereits hinter dir liegt, dass Gott selbst starb, zeigt, du bist ihm gut genug, du bist es wert, egal was du gemacht hast, denn auch das weiß er, dass er für dich stirbt, wenn du noch nie in der Kirche warst oder diese Botschaft zum ersten Mal hörst, wirst du wahrscheinlich nicht alles verstehen, ja, ist vielleicht noch ein bisschen okay, was heißt das jetzt, was ist jetzt Bibel und Jesus und so, ich auch dann glaube ich ruft uns Jesus dazu auf, eine Herzensentscheidung immer wieder erneut zu treffen, Jesus ich verliere mein Leben an dich vielleicht hast du dein Leben mal an Jesus gegeben, aber eigentlich merkst du, du hast ihn Schritt für Schritt langsam wieder vom Thron runtergestoßen und sitzt selber wieder auf dem Thron und willst doch lieber Chef sein dann lade ich dich ein vertraue Jesus lies in der Bibel schau dir sein Leben an prüfe ob es einen Menschen gibt der besser ist als Jesus und vertraue dich diesem Jesus an vielleicht erneut vielleicht schon zum 50. Mal zum 100. Mal das ist nicht entscheidend vertraue dich ihm ganz an und er verspricht wenn du dein Leben verlierst dann wirst du es schlussendlich gewinnen auch wenn dieses Leben weiterhin hart ist denn Jesus verspricht nicht dass dann alles Friede Freude Eierkuchen ist auch wenn dieses Leben weiterhin herausfordernd schwierig und voller Leid ist so sagt die Bibel das Leid dieser Welt ist kein Vergleich gegenüber dem Wunderbaren was wir bekommen werden wenn wir bei Jesus sind ist heute morgen jemand hier der sagen möchte ich möchte Jesus kennenlernen dann leite ich ein einfach mal kurz deine Hand zu strecken und wenn du das tust wenn du sagst doch ich möchte Jesus kennenlernen keine Sorge wenn du deine Hand hebst dann komme ich nicht mit dem Vertrag und lass dich was unterschreiben und dann musst du dein Geld an die Kirche spenden oder sowas sondern wenn du deine Hand hebst dann möchte ich für dich beten dass Gott dir begegnet in deinem Leben und dass Gott zu dir spricht und wenn du das von ganzen Herzen möchtest dann wird er das tun und die zweite Einladung wo ihr auch eure Hand heben dürft ist wenn ihr sagt eigentlich bin ich Christ aber ich las Jesus nicht stimmen und ich möchte das aber eigentlich dann lade ich auch dich ein die Hand zu heben und zu sagen hey ich möchte einfach mich heute neu verpflichten mich neu committen und sagen Jesus mein Leben gehört dir ist jemand heute morgen hier der sagt Jesus mein Leben gehört dir dann möchte ich für dich beten und auch wenn du nicht deine Hand hebst und auch wenn du sagst du bist dir nicht sicher und für alle anderen dann lass uns die Augen jetzt schließen und ich möchte zum Abschluss dieser Predigt beten und wenn das dein Gebet ist und wenn du merkst in diesem Gebet das ist dein Herzenswunsch dann musst du nicht die genauen Worte mitsprechen aber du kannst es innerlich bejahen und mitbeten Jesus ich danke dir dass wir unser Leben an dich verlieren dürfen Jesus ich danke dir dass wir nicht verloren sein müssen in dieser Welt ich danke dir dass wir nicht hoffnungslos ausgeliefert sind von diesem Leid und der Zerstörung und den Kriegen und dem Klimawandel und all diesen Dingen sondern ich danke dir Jesus dass du vor 2000 Jahren gezeigt hast es gibt eine Hoffnung auf ewiges Leben und ich danke dir Jesus dass du uns liebst obwohl wir dich so oft nicht wollten und ich danke dir Jesus dass du geduldig und barmherzig bist und Jesus du siehst jeden einzelnen hier heute morgen der sich eigentlich diese innige und echte und tiefe Liebe und tiefe Wahrheit wünscht und Jesus ich bete da wo das Herz eines Menschen heute morgen bereit ist bewege dieses Herz und führe es erneut zu dir denn von dir Jesus kommen wir und zu dir gehen wir und Jesus ich bete dass du heute morgen unsere Herzen neu machst dass du uns hilfst nicht auf unsere Fehler nicht auf unsere Schuld zu schauen sondern zu glauben dass du uns so sehr liebst dass du uns vergeben kannst dass du uns weiterhin lieben kannst und Jesus ich bete da wo wir auf einem falschen Weg sind hilf uns umzukehren und einen neuen Lebensweg einzuschlagen der dein Weg ist Jesus ich glaube dass es nur einen Weg gibt und das bist du selbst und ich danke dir Jesus dass du gut bist liebevoll barmherzig und dass du an uns interessiert bist auch heute morgen in Jesu Namen Amen